Im Stadion verstorben, Gentner trauert um seinen Vater Stuttgart-Kapitän Christian Gentner trauert um seinen Vater. Wie der VfB am Abend bestätigte, verstarb Herbert Gentner am Samstag unmittelbar nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC im Stadion. Nach dem Spiel gab Gentner zunächst noch Interviews auf dem Spielfeld. Später stürmte er dann allerdings aus der Kabine in den Business-Bereich der Arena. Nach Angaben des Vereins war sein Vater dort zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Der Notarzt war vor Ort, konnte Gentner Senior aber nicht mehr retten. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der VfB teilte den Journalisten nur mit, dass alle Medienaktivitäten eingestellt werden und die Spieler nicht für weitere Interviews zur Verfügung stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017